Den nächsten Vortrag, ich erzähle schon mal ein bisschen, während Herr Marquet dort seine Technik hochfährt. Der kommt vom Berufsbildungswerk Soest und wird die Angebote vorstellen, die das Berufsbildungswerk Soest für junge Menschen mit Sehbeeinträchtigungen vorhält. Herr Marquet, die Bühne ist frei. Ja, vielen Dank. Ja, ich hatte einen etwas kryptischen Titel gewählt. Vielen Dank für die Einführung. Ich habe den Vortrag genannt, besondere Angebote für junge Menschen mit Sehbeeinträchtigungen im Berufsbildungswerk Soest. Insofern ist auch der Vortrag ein kleines bisschen zweigeteilt. Ich werde im ersten Teil des Vortrags das klassische Programm des Berufsbildungswerks ein Stück weit vorstellen und auch den Träger an sich. Und möchte im zweiten Teil dann gezielt auf zwei besondere Angebote, die wir für junge Menschen mit Sehbeeinträchtigungen haben, eingehen. Und wie ich gerade schon sagte, da sind einige Überschneidungen tatsächlich zu dem, was Chemnitz uns gerade auch schon vorgestellt hat. Ja, dann starte ich mal in die Präsentation. Genau, als allererstes möchte ich Ihnen einmal den Landschaftsverband Westfalen-Lippe kurz vorstellen. Das ist unser Träger und ist wahrscheinlich nicht jedem so bekannt. In NRW gibt es ja zwei Landschaftsverbände. Das ist einmal der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, den Sie hier farblich eingezeichnet sehen in Nordrhein-Westfalen und den Landschaftsverband Rheinland, der jetzt die Region rund um Köln abdeckt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe übernimmt kommunale Aufgaben für insgesamt 27 Städte und Kreise in der Region Westfalen-Lippe. Und zu diesen Aufgaben gehören ganz unterschiedliche Themenfelder, ganz unterschiedliche Bereiche. Soziale Aufgaben, Psychiatrie, Maßregelvollzug, Kultur, Jugend und Schule. Das sind die Bereiche, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe insgesamt abdeckt und bearbeitet. Und da das tatsächlich eine sehr große und herausfordernde Arbeit ist, brauchen wir auch relativ viele Mitarbeitende im Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Wie Sie sehen, sind es insgesamt über 20.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Region bearbeiten und in der Region dafür sorgen sollen, dass Menschen gleiche Bedingungen haben. Insbesondere das Thema soziale Teilhabe ist ein ganz, ganz wichtiger Fokus des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Bei der Größe ist es natürlich auch klar, dass wir eine ganze Menge unterschiedliche Einrichtungen haben. Es sind insgesamt über 200 Einrichtungen, die in der Region Westfalen-Lippe verteilt sind und dort eben halt mit ganz unterschiedlichen Professionen das Thema oder die Themen und die Herausforderungen bearbeiten. Wir gehören mit dem Berufsbildungswerk zu dem Bereich Jugend und Schule. Das ist tatsächlich innerhalb des LWE ein ziemlich kleiner und besonderer Bereich. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist das Berufsbildungswerk Soest mit seinen klassischen Angeboten für die Arbeitsagentur. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es insgesamt 52 Berufsbildungswerke in ganz Deutschland, die unterschiedliche Förderschwerpunkte bedienen. Es gibt insgesamt drei Berufsbildungswerke, die den Förderschwerpunkt sehen, auf der Agenda haben. Das ist unter anderem Chemnitz, Stuttgart und auch Soest. Unser Hauptauftraggeber ist die Agentur für Arbeit und für die Agentur für Arbeit bieten wir unterschiedliche Angebote an, insbesondere für junge Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit. Das ist unser klassischer Förderschwerpunkt. Das ist auch unser zentraler Fokus. Nichtsdestotrotz haben wir seit einigen Jahren auch Menschen mit anderen Förderschwerpunkten in unserer Einrichtung. Das werden die anderen BBWs wahrscheinlich auch kennen. Das Thema Autismus-Spektrumstörungen ist ein Thema, das bundesweit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir sind seit 2017 in dem Bereich unterwegs und haben mittlerweile an die 30 Prozent unserer Teilnehmenden, die tatsächlich mit Autismus-Spektrumstörungen bei uns sind. Und in den letzten Jahren verstärkt auch das Thema Mutismus. Das haben wir jetzt auch tatsächlich offiziell zu unserem Förderschwerpunkt benannt, genauso wie das Thema psychische Beeinträchtigungen. Auch das, wenn man sich in der BBW-Landschaft umhört, ist ein Thema, was mittlerweile enorm wachsende Bedeutung hat. Ja, was machen wir genau? Wir bieten berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen an. Das heißt, für junge Menschen mit diesen oben genannten Förderschwerpunkten bieten wir berufliche Orientierung an in verschiedenen Fachbereichen. Wir haben den Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Wir haben den Bereich Metalltechnik und Ernährung und Hauswirtschaft. Und in diesen Bereichen können die jungen Menschen sich orientieren, ausprobieren, kennenlernen und eben halt auch eine mögliche berufliche Perspektive entwickeln. Ja, blindentechnische Grundausbildung, klar. Dadurch, dass wir eben halt auch eine Spezialeinrichtung für junge Menschen mit Sehbeeinträchtigung sind, ist natürlich das Thema blindentechnische Grundausbildung ein ganz zentrales und ganz wichtiges. Also die jungen Menschen, die am Punkt der Erblindung sind oder der voranschreitenden Erblindung sind, werden halt bei uns unterwiesen in den entsprechenden Hilfsmitteltechniken. Ja, und Berufsausbildungen auf verschiedenen Anforderungsniveaus, das heißt an der Stelle konkret Fachpraktika-Ausbildung, also reduzierte Ausbildungen im Prinzip, theorie-reduzierte Ausbildungen und Vollausbildungen in den Berufsbereichen, die ich eben genannt habe. Ja, und Ziel ist natürlich die Teilhabe am Arbeitsmarkt, also vorrangiges Ziel ist, dass wir auf jeden Fall irgendeine Perspektive für die jungen Menschen schaffen. Also niemand soll die Einrichtung verlassen, ohne eine Anschlussperspektive zu haben. Und das oberste Ziel ist natürlich das Erreichen einer Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt. Ja, was wollte ich Ihnen vorstellen als besondere Angebote im Berufsbildungswerk, also das, was so ein Stück weit über das hinausgeht, was das Kerngeschäft ist, das, was die Arbeitsagentur finanziert. Das ist zum einen das Thema K.O.A. Star, Schule trifft Arbeitswelt, das ist der Bereich der Berufsorientierung, also vorbereitende Berufsorientierung, da gehe ich gleich nochmal gezielter drauf ein. K.O.A. Star, Sie sehen hier unten links auf der Folie das Emblem, das Logo, das dazu gehört. Das ist ein Programm, das es in NRW schon seit einigen Jahren gibt. Der Titel lautet Kein Abschluss ohne Anschluss. Das Ziel ist tatsächlich für alle jungen Menschen, die die Schule verlassen, eine Nachfolgeperspektive zu schaffen. Und das Angebot ist tatsächlich über alle Schulen ausgerichtet, speziell aber natürlich auch für Förderschulen. Und in diesem Bereich sind wir mit unterschiedlichen Modulen dabei. Und auch mit unterschiedlichen Kostenträgern. Wir haben einmal das Modul Feststellung, Funktionales Sehen und Hilfsmittelkompetenz, das in unserer Einrichtung durchgeführt wird und umgesetzt wird. Das ist finanziert über das Inklusionsamt Arbeit. Und das ist tatsächlich auch ein Angebot, was im Berufsbildungswerk über das Inklusionsamt Arbeit finanziert wird. Das ist auch ein NRW-weites Angebot, aber im LVR-Bereich macht das das BfW Düren. Im Gegensatz dazu ist die Potenzialanalyse ein ausgeschriebenes Angebot in Nordrhein-Westfalen. Und da haben wir als Berufsbildungswerk NRW-weit den Zuschlag bekommen. Das heißt, wir sind als Berufsbildungswerk für alle Förderschulen mit dem Schwerpunkt Sehen Anbieter für die Potenzialanalyse. Das heißt, in einer Testsituation werden den jungen Menschen mit Sehbeeinträchtigung unterschiedliche Aufgaben gestellt, unterschiedliche Herausforderungen gestellt. Es gibt Beobachterteams, die die Stärken, die möglichen Stärken, die möglichen Schwächen vielleicht auch beobachten und daraus ein Stück weit eine Empfehlung geben, in welche Richtung es beruflich auch gehen kann. Da natürlich die Zielgruppe unterschiedlich betrachtet werden muss, haben wir auch unterschiedliche Testszenarien, die wir anbieten. Die Testszenarien, die sehen Sie hier aufgesplittet. Also es gibt ein bestimmtes Testszenario, das sich an sehbehinderte junge Menschen richtet. Es gibt ein Extratestszenario für blinde junge Menschen. Und darüber hinaus gibt es nochmal das Testszenario blind-elementar. Das richtet sich an junge Menschen, die neben der Blindheit auch noch eine geistige Beeinträchtigung haben. Das heißt, da sind die Aufgaben dann nochmal ein Stück weit reduziert. Und auch das Verhältnis von Beobachter zu Teilnehmer ist reduziert. Also bei den ersten beiden Modulen haben wir ein Verhältnis von 1 zu 2. Also zwei Teilnehmer, eine Beobachterin oder ein Beobachter. Und bei den blinden Teilnehmenden ist es ein 1 zu 1 Verhältnis, damit man da tatsächlich auch nochmal intensiver begleiten kann und schauen kann. Ja, ein weiteres Modul, das im Berufsbildungswerk Soest im Rahmen der Berufsorientierung durchgeführt wird, ist das Thema Berufsfelderkundung. Das ist auch ein flächendeckendes Angebot in NRW für alle Schulen. Es sind also verpflichtend, Berufsfelderkundungen durchzuführen. Also die Schüler ab der 9. Klasse sollen sich in Betrieben orientieren, sollen in Betrieben erste Eindrücke von betrieblicher Praxis sammeln. Es gibt aber, wie wir es eben auch gehört haben, durchaus junge Leute, die finden keine Möglichkeit, irgendwo in den Betrieb zu gehen oder sind tatsächlich auch nicht in der Lage, in den Betrieb zu gehen. Und dann werden diese Berufsfelderkundungen eben halt auch in Einrichtungen durchgeführt. Und diese Berufsfelderkundungen für blinde und sehbeeinträchtigte junge Menschen bieten wir im Berufsbildungswerk an. Auch dieses Angebot ist ein Angebot, das über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziert wird. Ja, dann kommen wir zum Thema Mobilis Modular. Auch ein etwas spezieller Titel, eine etwas spezielle Überschrift. Es hat so ein bisschen Historie auch tatsächlich. Aber was das Angebot ausmacht, findet sich auch ein Stück weit im Titel. Mobilis ist halt ein mobiles Angebot, ist kein stationäres Angebot, sondern auch da ist es so, wie wir es eben auch gehört haben im Vortrag. Wir gehen auch raus, wir gehen auf Arbeitgeber zu, wir begleiten junge Menschen auch an ihrer Ausbildungsstelle. Und Modular ist eben halt davon abgeleitet, dass es Module auf unterschiedlichen oder zu unterschiedlichen Fragestellungen gibt und zu unterschiedlichen Themen gibt. Ich werde jetzt die Module einmal nur kurz einblenden und werde im späteren Verlauf dann nochmal auf die einzelnen Module etwas intensiver eingehen. Da sehen Sie, es geht im Grunde vom Beginn der Ausbildung an, also schon von dem Bewerbungsprozess bis zum Ende, bis zur Prüfungsvorbereitung und auch einschließlich der möglichen Wohnheimunterbringung im Berufsbildungswerk. Genau, das erste Modul ist schon der Beginn quasi der Ausbildung, also hier auch die Unterstützung im Bewerbungsverfahren. Wie wir eben gehört haben, sind natürlich viele Unternehmen, die sich die Frage stellen, möchte ich jemanden mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigung einstellen oder vielleicht als Auszubildenden gewinnen, erst mal vor viele Fragen gestellt und vor viele Herausforderungen gestellt. Und um da zu unterstützen, bieten wir dieses Modul an mit den Inhalten, die ich hier aufgeführt habe. Also im Grunde eigentlich tatsächlich auch schon vorab die Klärung, ist der Ausbildungsberuf überhaupt oder ist der Teilnehmende überhaupt für diesen Ausbildungsberuf geeignet? Wie sieht es aus mit dem Sehvermögen? Wie sieht es aus mit der Leistungsfähigkeit? Kann das überhaupt zusammenpassen? Wenn es denn zusammenpasst, ist natürlich die nächste Frage, die sich stellt, ist der Betrieb in der Lage, die entsprechende Technik auch zu stellen, wenn denn Technik gebraucht wird? Sind Hilfsmittel vorhanden oder muss man in diesem Bereich auch noch mal beraten und unterstützen? Wie sieht es aus mit Einstellungstests? Sind die Einstellungstests tatsächlich barrierefrei? Gibt es also da auch wirklich keine Benachteiligung für junge Menschen mit einer entsprechenden Seheinschränkung? Und natürlich auch der Fragestellung, müssen wir unter Umständen auch die Prüfungssituation oder die Auswahlsituation, die Testsituation ein wenig anpassen an die Beeinträchtigung, Zeitverlängerung, Gleichbehandlung? Das Modul 2 ist dann tatsächlich auch noch mal intensiver, wirklich die Hilfsmittelberatung und Unterstützung. Das sollte natürlich auch frühzeitig vor Ausbildungsbeginn passieren. Was wird denn wirklich auch gebraucht? Und da bieten wir in unserem Beratungszentrum, da sieht man auch auf dem Bild eine solche Situation, auch die Möglichkeit an, sich mit verschiedenen Hilfsmitteln auseinanderzusetzen, verschiedene Hilfsmittel auszuprobieren und eben halt das ideale Hilfsmittel dann auch für die Person zu finden. Und dann rausgehen, nachdem das Setting, sage ich mal, so einigermaßen beschrieben ist, dann rausgehen, auch in den Betrieb und den Betrieb auch unterstützen, entsprechend Technik vorzuhalten und einzurichten. Das geschieht an dieser Stelle auch, Sie hatten es eben auch erwähnt, mit Unterstützung der Agentur für Arbeit, also auch mit den technischen Beratern der Agentur für Arbeit. Ja, Ausleihe von Hilfsmitteln ist auch eine Möglichkeit im Beratungszentrum, das ich eben erwähnt und gezeigt habe, haben wir einen Hilfsmittel-Pool. Wir haben also eine entsprechende Ausstattung auch vorrätig, sodass wir tatsächlich zum Ausbildungsbeginn Geräte auch ausleihen können, einerseits, um sie tatsächlich vor Ort am Arbeitsplatz auszuprobieren oder andererseits auch tatsächlich vielleicht die Probezeit damit zu überbrücken oder den Bestellzeitraum auch zu überbrücken. Genau, was wir nicht machen vor Ort, sind Softwareanpassungen. Da wollen wir nicht dran, also wir gehen nicht an die IT der Unternehmen, sondern beraten dann die IT entsprechend zu möglichen Anpassungen, die notwendig sind. Genau, auch hier nochmal das Thema arbeitsplatzbezogene Hilfsmittel- und Softwareschulungen, also das, was die Teilnehmenden brauchen, was sie möglicherweise noch nicht beherrschen, was sie vielleicht auch im Rahmen einer BTG, also wenn sie keine BTG gemacht haben oder vielleicht nicht in der Situation gewesen sind, sich mit bestimmten Hilfsmitteln auseinanderzusetzen, haben sie hier die Chance, über unsere Fachleute nochmal entsprechende Arbeitstechniken zu erlernen und umgekehrt natürlich auch unsere Unterstützung in Richtung Mitarbeitende und vielleicht auch Vorgesetzte. Sie hatten es eben auch erwähnt, manchmal muss man auch erstmal den Betrieb so ein bisschen zurecht ruckeln, damit es unterm Strich dann auch funktionieren kann, denn viele Fragestellungen hat man sich vielleicht vorher gar nicht so gestellt und erfährt sie dann erst in der Realität und auch da beraten wir dann am Arbeitsplatz und in den Unternehmen. Orientierungs- und Mobilitätstraining, klar, der Weg zur Arbeit kann trainiert werden, kann geübt werden nach individueller Absprache. Auch im Vorfeld ist möglich zu gucken, welche Vorkenntnisse sind denn schon da im Bereich Mobilität und Orientierung und eben halt auch möglicherweise Orientierung im Gebäude, je nachdem in welcher Einrichtung ich unterwegs bin oder in welchem großen Komplex ich unterwegs bin, dann muss ich ja möglicherweise auch Wege innerhalb des Gebäudes erlernen und mich mit diesen Wegen auseinandersetzen und muss die trainieren. Dazu gehen unsere Realehrer dann auch vor Ort und unterweisen in der Fragestellung. Prüfungsvorbereitung machen wir in unserem Berufsbildungswerk. Das ist tatsächlich, wie Sie es hier auf der Folie sehen, meistens im Bereich der kaufmännischen Berufe, dass die jungen Leute dann nochmal vor der Prüfung zu uns ins Bildungszentrum kommen oder ins Berufsbildungswerk kommen und auf die Prüfungen vorbereitet werden. Das geht aber natürlich auch in anderen Berufsbereichen, in den anderen Berufsfeldern, die wir in unserem Angebot haben, dass wir auch da unterstützen. Und da greift dann auch das Modul 7, wenn es denn tatsächlich so ist, dass die jungen Menschen im Zeitraum der Prüfungsvorbereitung möglichst nah bei uns sein sollten oder wenn der Anfahrtsweg möglicherweise zu weit ist, dann stellen wir auch in dieser Zeit die Möglichkeit zur Verfügung, dann im Wohnheim zu übernachten und zu wohnen. Wir sehen hier einfach auf den Folien auch noch ein paar Bilder, ein paar Impressionen unseres Wohnheims. Ja, Mobiles Modular, ähnlich wie die Situation bei Ihnen, die Sie eben geschildert haben. Das ist kein Regelangebot der Arbeitsagentur, sondern das ist ein Grund und Angebot oder eine Maßnahme, eine Maßnahme, die finanziert wird, auch nach individueller Absprache. Da wird vorher überlegt, was ist denn notwendig, welche Module sind notwendig. Man muss auch nicht den kompletten Katalog durchlaufen, sondern es können auch nur einzelne Module sein. Die können auch unterschiedlich lang sein, je nach Bedarf. Und dann wird eben halt ein Auftrag erstellt durch die Agentur für Arbeit oder auch durch andere Kostenträger. Das kann genauso gut die Versicherung oder andere Kostenträger sein. Ja, das Verfahren der Teilnehmer stellt bei der Agentur für Arbeit den Antrag. Also der Teilnehmende, der Auszubildende, der zukünftige Auszubildende sagt, ich brauche Unterstützung in diesem Bereich, geht zur Agentur für Arbeit. Und dann wird da entschieden, ob die Unterstützung über Mobilis Modular zur Verfügung gestellt wird. Das BWW Soos erstellt daraufhin ein individuelles Angebot. Wie ich schon eben sagte, kann bei jedem Teilnehmenden anders sein. Das heißt, der Preis wird auch unterm Strich möglicherweise immer anders sein, weil die Module anders zusammengebaut sind. Und die Agentur für Arbeit bewilligt dann die Stellungnahme und macht die entsprechende Stellungnahme und die Abrechnung erfolgt dann im Anschluss an die erbrachte Leistung. Genau. Das nochmal als Erklärung für den Kostenträger, für die Beratenden in der Agentur. Wir vermitteln das immer wieder mal, wenn wir tatsächlich auch so Multiplikatoren-Termine haben oder Besuch haben, auch von Reha-Beratern vor Ort. Weil das kennt nicht jeder, dieses Produkt und dieses Angebot. Das ist eben halt kein klassisches Regelangebot. Das heißt, es ist auch nicht in den Systemen der Arbeitsagentur hinterlegt. Also man muss es kennen und man muss wissen, wie man es macht und wie man es abwickelt. Im Einzelfall immer angepasst. Wir haben eine Ansprechpartnerin vor Ort hier, Frau Fecke, das ist diejenige, die Mobilis Modular einstiehlt und koordiniert. Ja, hier nochmal die Kontaktdaten. Ich sehe gerade, es werden einzelne Fotos gemacht, deswegen lasse ich es gerade nochmal auf dem Bildschirm. Aber ansonsten bin ich dann jetzt am Ende meines Vortrags und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ich glaube, eins ist deutlich geworden bei allen dreien Berufsbildungswerken und auch schon am Mittwoch bei dem Part der Berufswertungswerke, dass die Spezialeinrichtungen sehr individuell vorgehen. Und ich glaube, das ist auch das große Fund, was wir mit in die Waagschale werfen, dass die Leute, die eben eine sehr individuelle Beeinträchtigung haben, eben auch, dass wir in der Regel und Sie alle, also die BBWs und auch die BfWs, sehr gezielt auf die Bedürfnisse eingehen können. Und das ist ja auch ein Weg, der ist im Prinzip nie zu Ende, weil das ist ja auch immer ein kleiner Kampf. Sie haben jetzt gerade, das fand ich jetzt sehr interessant, gesagt, das ist kein Regelangebot der Bundesagentur. Und wer sich jetzt mit der Bundesagentur ein bisschen auskennt, weiß, dass das alleine schon eine Riesenhürde ist, wenn das kein Regelangebot ist, das dann auch sozusagen finanziert zu kriegen. Läuft das wirklich gut? Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Ja, ich glaube, oder unsere Erfahrung ist, die Finanzierung an sich ist eigentlich nicht das Problem. Aber es zu kennen und zu wissen, wie man es umsetzt. Deswegen, wie gesagt, ist es hier auch nochmal auf der Folie. Wenn wir denn tatsächlich mit Rehaberatern zu tun haben, dann ist Frau Fekker auch immer nochmal dabei und erklärt dann auch den Rehaberatern, wie es geht, damit sie dann am Ende auch wissen, wie es funktioniert. Aber ich glaube, die Bereitschaft, das grundsätzlich zu unterstützen und das grundsätzlich zu finanzieren, ist eigentlich hoch. Da haben wir wenig Widerstand. Aber es ist eben halt nicht in der Fläche bekannt. Ich hätte dazu nochmal eine Frage. Ich bin Augenarzt und für mich, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der eine Behinderung entwickelt oder mit einer solchen zu mir kommt, ist ja immer die Frage, wo bringe ich ihn jetzt, sagen wir mal, für seinen Fall speziell möglichst zugeschnitten unter? Gibt es eine gemeinsame Website, eine gemeinsame Sache, wo die einzelnen Angebote ein bisschen strukturiert auch angegeben sind? Und ist sowas in der Planung? Also es gibt Plattformen, in denen die Einrichtungen gezeigt werden. Aber ich sage mal, das ist so, wie man im Internet in einer Suchmaschine irgendwas sucht und findet man tatsächlich eine kurze Präsentation der jeweiligen Einrichtung. Aber nicht. Entschuldigung, ich gehöre ja zum Verbund der BBWs mit dazu. Wir kooperieren ja und wir kennen uns untereinander auch alle und verweisen auch. Also das ist durchaus so, dass wenn jemand uns anspricht, zum Beispiel der aber nie in unserem Einzugsgebiet beispielsweise wohnt, lebt, dann rufe ich in der Regel auch an und sage, hier, pass auf, eher bei euch in Soest oder eher bei euch in Stuttgart, zumal Stuttgart ist ein Gesellschafter vom BBW in Chemnitz mit. Wir sind sowieso verbandelt und mit Soest auch. Wir kennen uns untereinander alle, also wir verweisen da auch. Weil ich meine, eine gemeinsame Homepage, also es gibt da schon was, aber alle Informationen kriegt man dort auch nie raus. Das Beste ist tatsächlich persönlicher Kontakt, Nachfragen und ja, wir verweisen. Ja genau und den Aspekt hätte ich jetzt auch nochmal, gerade diesen regionalen Aspekt, den hätte ich nochmal benannt. Also ich weiß nicht, aus welcher Region Sie kommen oder aus welchem Einzugsbereich Sie kommen. Ja, okay. Na gut, das ist so ein bisschen Schnittstelle, sag ich mal. Aber es ist tatsächlich so, wir beraten erstmal neutral, wenn jemand zu uns kommt, dann macht jedes BBW irgendwie auch die Wege deutlich und in welches BBW es möglicherweise dann geht oder in BfW, je nachdem, wie die Situation ist, das entscheidet dann ein Stück weit auch der Teilnehmende selber, seine Familie und eben halt auch der Kostenträger. Es gibt vielleicht noch eine schöne Seite, wo es ist sozusagen der oberste Einstieg in alles eigentlich die Reha-Tat. Die ist nun nicht sehr sehbehindernspezifisch, da wird man alles finden, aber das ist ja auch ein Vorteil. Also da kann man auf jeden Fall reingucken und wird dort relativ gut informiert und dann kommen Sie ja auch irgendwo auf die beiden Verbände. Es gibt also jeweils Bundesverbände der BBWs und auch der BfWs, wo man dann weitergucken kann oder es gibt auch diverse Beratungsangebote vor Ort. Die sind unterschiedlich gut, sagen wir mal, aufgestellt. Aber wenn ich jetzt an die unabhängigen Teilhabeberatungsstellen denke, da gibt es aber welche, die sind zum Beispiel von den Blindenverbänden und von speziellen Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen worden und die kennen sich dann auch sehr gut aus. Ich verweise auch noch oft, weil ich berate auch sehr viel auf den Low Vision Kreis der Augenoptiker, die sich auch noch mal speziell auskennen mit solchen Sachen, sind aber relativ dünn gesät, muss man sagen. In Berlin gibt es so ein bisschen ein Cluster und dann ist es relativ dünn. Aber das stimmt schon, das Beratungsangebot ist sehr übersichtlich, aber es gibt ja auch gar nicht so viele Spezialeinrichtungen, wie wir gehört haben, drei BBWs und vier BfWs und dann guckt man einfach, was ist in der Nähe und kann dann natürlich und alle beraten, also alle würden auch beraten. Frau Oertl hat noch was. Es ist gerade im Aufbau, weil immer wieder die Frage auch kommt, gerade von Augenärzten und der Herr Prof. Dr. Schrage, Frau Prof. Dr. Kuhnert sind da auch gerade dran, bundesweit da, was etablieren zu wollen. Mal schauen. Wäre gut. Genau. Ja. Ja, die Augenärzte sind für uns immer eine ganz interessante Zielgruppe, weil wir machen auch so Informationsveranstaltungen für Augenärzte, wo wir genau solche Sachen auch mit auf den Weg geben. Es ist zum Beispiel ganz häufig ein Problem, das habt ihr bei dem Berufsbildungswagen, es ist das Gleiche, dass natürlich aus der Sicht des Augenärztes jetzt, wenn keine Hilfsmittelversorgung vorliegt, zum Beispiel eine berufliche Eignung erstmal so ja überhaupt nicht sozusagen begutachtet werden kann oder so. Man würde jetzt laut Bildschirmarbeitsplatzverordnung oder irgendwelchen Dingen vorgehen, das funktioniert nicht. Wenn wir natürlich dann sagen, okay, jetzt hat er aber, was weiß ich, Licht, Großbild, Audio, keine Ahnung, volles Programm an Hilfsmitteln und auch die entsprechenden Kompetenzen dazu, um das dann zu bedienen. Ja, und wir sprechen zum Beispiel, und das ist sicher bei euch ähnlich, auch immer gar nicht so sehr davon zu sagen, nur die Hilfsmittel zu bedienen, zu lernen, sondern eben eine belastungsarme Arbeitsmethode. Es geht ja immer um ein professionelles Arbeiten, möglichst, was weiß ich, vollschichtig und so weiter. und dann geht es eben ja ganz, ganz viel darum, die Belastung runter zu regeln und dann führen, so ist die Summe der Kleinigkeiten am Ende das, was dazu führt, dass er jenes doch machen kann. Und die auch in ärztlichen Diagnosen, das ist sozusagen an und für sich der Startpunkt, der Eingangspunkt bei uns für das Assessment, wo wir dann sagen, und da bauen wir auf und gucken dann eben nach den Hilfsmitteln, nach den anderen Skills, alles, was wir auch jetzt hier gehört haben. Ja, aber wir sind ja alle hier, holen Sie sich alle Kontaktdaten und dann sind Sie bestens ausgestattet. Gibt es noch eine Frage? Wenn das nicht der Fall ist, alle, die sich hier präsentiert haben, haben auch draußen ihren Stand. Sie können da gerne hingehen und dann kriegen Sie noch viel mehr Informationen. Ja, und vor allen Dingen auch die ganzen Kontaktdaten und können das alles nochmal im persönlichen Gespräch klären. Ich wünsche Ihnen noch eine super Messe den letzten Tag und kommen Sie nächstes Jahr wieder. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.